hallo meine lieben ihr wundert euch vielleicht über diese qualität von diesem dieser kamera ja ich habe meine kameras jetzt mal getauscht und zwar habe ich die die sonst immer da vorne war da oben hingepackt und umgekehrt weil das bild da vorne habe ich ja sowieso meistens klein oder gar nicht an finde ich auch nicht so wichtig aber dass ihr seht was hier auf dem tisch passiert das ist schon wichtig finde ich zumindest für das was ich heute vor habe ich wollte es erst mit der mit dieser kamera dort machen das hat nicht wirklich gut funktioniert und deswegen habe ich meine kameras gerade umgebaut genau so und warum bin ich jetzt eigentlich gerade hier zu sehen ist es überhaupt gar kein adventskalender türchen video genau ich möchte nämlich heute ein bisschen baum schmuck basteln und habe mir gedacht ach komm ich mache die kamera an und nehme euch direkt mal mit ja und zwar werde ich das bild hier jetzt mal weg machen und dann seht ihr hier meine meinen schreibtisch und ich habe mir ein paar sachen zurechtgelegt und zwar kann ich jetzt auch das licht wieder ein bisschen mehr rein holen nur zu viel gar nicht weil bei der anderen kammer hat das so geblendet das hat überhaupt nicht funktioniert ich habe mir als erstes hier ein bisschen hulopapier zurecht gelegt ein paar ganze und ein rest hier wo ich mal was ausgeschnitten hatte und die farben hier die passen finde ich sehr gut zu weihnachten und ich möchte mir wie gesagt schmuck für den weihnachtsbaum basteln und zwar nicht irgendwelchen sondern ich möchte welche nehmen der sehr sehr persönlich ist und den ich dann jedes jahr wieder verwenden kann und zwar möchte ich bilderrahmen machen die ich an meinen baum hängen kann nicht zu groß nicht zu schwer die sollen halt in den baum passen und ich finde da passt sowas hier ganz fantastisch ich hoffe dass die kamera das nicht andauert macht so und ich habe mir hier noch was vorgekramt meine big shot seht ihr hier schon an der seite und meine stanzteile die ich so habe und ich denke mit dieser stanze hier wird das sehr gut funktionieren weil da habe ich noch so einen schicken rahmen in hier muss ich mal gucken ich glaube die stand zweimal ich glaube die stand einmal diesen eckigen rahmen und dann hier so einen schmalen rahmen da gucke ich mal ja hier ist es ähnlich weil da stand der halt so außenteil ich könnte einmal das außen komplett nehmen aber er stand da auch so teile raus ich probiere es einfach mal aus und dann gucke ich was ich verwenden kann linie habe ich noch und daneben hier ist das gleiche da macht er dann auch so teilchen raus aber das stört mich ja theoretisch nicht welchen ich auf jeden fall verwenden möchte ist dieser hier ich liebe diesen den habe ich mir aus china bestellt den habe ich auch noch nicht lange aber miss fruchteis habt heute schon eine karte bekommen die ich mit diesem hier gemacht habe naja ich habe hier noch ein paar andere drin da gucke ich dann mal ob ich davon noch was verwenden oder nicht ja das sind so meine stanzteilchen ich habe das herz finde ich auch sehr schön das wird aber glaube ich ein bisschen schwierig da gucke ich mal vielleicht nehme ich zwei herzen dass ich einmal ein größeres herz und dann ein kleineres und dann eben ja in der mitte halt dann für das foto und außen das als rahmen quasi benutze und ich muss ja auch immer bedenken dass ich ein aufhängerchen brauche ja und der rest hier sind gar keine drin da habe ich noch keine rein getan doch jetzt noch mal dahinter gerutscht ich habe ich mal hier mit rein weil wir sind so die wolken genau ja das reicht ja eigentlich schon wer sternchen möchte ich nicht sternchen hat man irgendwie jedes jahr und das muss ich mal hier hinter mich gut ja dann nehme ich mir hier meine papiere und ich muss auch mal gucken die sind ja auch noch zu ich habe schon so lange nicht benutzt dass ich schon komplett eingestaubt ist ja das ist normal ich schneide halt fast alles mit dem flotter aus und nicht mit der stanzmaschine wobei ich doch vor nicht allzu langer zeit habe ich sie doch mal ganz kurz benutzt aber ja nicht so lange dass es wichtig war die sauber zu machen so ein bisschen entstaubt fertig und dann gucke ich mal die sind ja nicht so ganz und dann werde ich die glaube ich hier immer auf ich weiß gar nicht 15 15 hat immer gut gepasst war mir doch so ja wenn man die sachen länger nicht genutzt hat dann schneide ich das jetzt hier mal auf 15 dann habe ich da genug platz und damit kann ich ja immer noch irgendwas mal machen das messer ist nicht mehr so das allerneueste aber seitdem ich selbst nicht mehr bei stampin abarbeiter kauft man halt nicht so häufig die sachen und ich habe zwar schon jemanden gefunden der stampin abverkauft und wo ich mir dann sachen kaufen könnte aber im moment waren andere sachen auch einfach wichtiger und man kann halt nicht immer alles haben so hier oben schneide ich mir das hier auch gleich mal weg das brauche ich ja nicht mehr dann habe ich hier ein schönes teilchen einmal hier hoch zack die reste lege ich mir beiseite ja und dann fange ich auch direkt mit dem schönsten hier an und ja das sind natürlich genau meine farben genau mein ding so und da mache ich mir jetzt einen schönen rahmen eigentlich könnte ich theoretisch auch gleich zwei in einem durchgang machen ja wie ihr seht habe ich die hier noch nicht mal ausgepackt die werde ich mir wohl mal bei action mitgenommen haben nehme ich stark an wüsste nicht wo ich mir sonst stanzteile kaufe aber hundertprozentig sagen kann ich euch gar nicht mehr ja und dann habe ich gleich mal das äußerste teil aus ich befürchte ob hier keine klebedinger mehr drauf sind ja ich befürchte dass er dann naja ich probiere es einfach wir werden sehen wir werden sehen ich bin vorsichtig dass mir das andere jetzt nicht wieder verrutscht und dann einmal gleich einmal in die richtung und einmal in die um mir einfach sicher zu gehen dass nichts verrutscht und ich dann trotzdem dass das halt trotzdem ja der stanz aber schon mal schön das ist schon mal gut zu wissen bei dem ich zweimal durchgestranz habe aber da sind ja auch feinere teile so und dann habe ich ja hier ein schönes tool von stampin up ja ich liebe stampin up sachen immer noch nach wie vor das wird sich auch nicht ändern das ist halt einfach eine super qualität aber es ist halt manchmal so dass man sich einfach entscheiden muss man was was möchte ich eigentlich in meinem bastelzimmer alles so machen und da war halt die entscheidung gegen stampin up das sind einmal die sachen die dann ja sowieso raus müssen manchmal geht das auch einfacher wenn man das hier gleich so raus macht da ist es zum ausdrücken so zack ja das ist natürlich immer ein bisschen frickel arbeit bei solchen teilchen aber ich finde am ende ist es das mal wert so so zack du kannst hier auch schon raus da hat er da nicht so gut gestanzt oder die teile waren einfach nur nicht so wie ich das will so ja das sind hier wie gesagt alles die teile die dann in den müll wandern hier gerade auch das frickel ich habe halt die hoffnung wenn ich die zuerst raus nehme dass mir dann das stanzteil eher heile bleibt als wenn ich das danach mache tut mir leid wenn das jetzt ein bisschen für euch dauert aber es soll ja auch schön werden hier macht er nämlich schon zicken ja da ist er schon am am reißen und will nicht so wie ich das will obwohl ich schon zweimal durchgekoppelt habe ja das ist halt bei günstigen stanzen muss man da manchmal mit rechnen dass man ich bin nicht schon ob ich die grad noch mal durch kurbel und das teil ist tatsächlich ganz schön geworden und das muss ich mir hier noch mal einen kleinen kreis oder so ein teilchen hier nehmen oder einfach das teil was dazu gehört das ist natürlich nicht besser und das mache ich dann gleich im durchgang mit diesem teil hier das werde ich dann tatsächlich nochmal machen ja und hier habe ich ja so ein ding das kann ich mir hier noch mit reinlegen und die teile hier die sind ja schon mal fast zu schade um die weg zu schmeißen die kann man auch super mal als deko irgendwie auf eine karte noch mit drauf packen die sehen ja echt schickig aus so ich packe mir das hier einmal noch mal rein da quietscht es so und dann die beiden teile eigentlich kriege ich das immer ganz gut mittig hin eigentlich und uneigentlich ist es dann schief aber das ist dann auch nicht so schlimm so ich drehe es mal so rum weil da scheint es wohl gut gestanzt zu haben so und dann ach sieht halt, da ist es glaube ich schon verrutscht aber gut, dass ich es nochmal gesehen habe ok, dann klebe ich es mir jetzt doch mal mit Washi kurz fest dann muss ich mir aber gerade mal ein Stück Washi holen so, das war ja jetzt egal welches, hauptsache irgendein Washi aber das klebt hier aber ziemlich gut das klebe ich hier einmal kurz auf meine Hose und mache es wieder ab das soll ja gar nicht so doll kleben das soll ja nur ein bisschen das Standsteil wirklich fixieren so ja und dann wird das Teil gleich nochmal durchgekorbelt weil es war ja schon einmal durch jetzt klebt alles ja wohl so zack da machen wir das erstmal vorsichtig ab jawohl das teile ich auf jeden Fall dann nochmal wieder verwenden ja das sieht doch schon mal super aus oh, mit dem Holo kommt die Kamera irgendwie nicht so gut klar glaube ich so und dann probieren wir das doch hier gleich nochmal zack ich glaube ich werde die Reste jetzt hier doch wegrauen auch wenn ich es irgendwie schade finde aber wie gesagt ich bin ja auch im Moment auf so einem Trip alles ein bisschen loswerden zu wollen und da will man natürlich dann nicht immer noch mehr noch mehr aufheben jawohl jetzt hat das hier zumindest schon mal gut funktioniert jetzt gucke ich mal ob es hier auch besser geworden ist sie zumindest so jawohl perfektos gut jetzt hat er sich hier natürlich überall wieder reingedrückt aber das macht ja nichts das pieken wir einfach schnell wieder raus zack so ich glaube jetzt sollte ich es gut abkriegen ohne dass es mir kaputt geht und beim rausnehmen jetzt so krack das hier das sein ich hoffe nicht so jawohl das gefällt mir richtig gut das einzige Problem was ich bei diesem Teil hier habe ist ich habe kein Teil was dieses Außenmaß quasi hat das heißt ich muss mir ein Viereck suchen was so groß ist wie das Ding und dafür kram ich mir gerade hinter mir nochmal meine Mappe vor und nehme mir hier jetzt einfach mal das könnte glaube ich passen das ist so gut ne das passt perfekt ja da gucken die grünen Teile noch ein ganz bisschen drüber das macht aber nichts und dafür für das für den Hintergrund werde ich mir einfach schwarze die Cuts besorgen die Cuts besorgen für das besorge ich mir noch ein rundes zum Hinterpacken da brauche ich den großen kreis ja genau das hätten wir auch und dafür hole ich mir noch mal ganz kurz ein bisschen schwarzes papier so ein bisschen schwarzer karton und auch den schneide ich mir vorerst oder das mache ich hier gleich mal wieder drauf sonst verliebe ich ihn ja das tut mir ein bisschen leid dass diese kamera ewig scharf und unscharf wird es spürt nicht ein bisschen ich hoffe dass es nicht so oft war gut und das gleiche spielchen ich vielleicht kriege ich wieder gleich beides drauf jawohl passt super dann nehme ich mir beide daher schmeiß mir die einmal drauf hat die mir auch schön am rand dass ich das eventuell auch irgendwann noch mal benutzen kann immer alles schön so verwenden dass man genug rest hat die man wieder irgendwo in irgendeine schublade packt das ist gerade verrutscht das lasse ich jetzt mal mit auf einmal das viereck mir gerade ein bisschen trutscht ist das habe ich gesehen im augenwinkel ich denke mal dass das auch so gut ausgestanzt ist ja wohl prima 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 an die seite ok und dann kommt dieses teil darauf und das teil da drauf und ich glaube aber ich werde mir davon und auch davon jeweils noch eins machen und das als als vorder und hintergrund nehmen und dann diese teile da muss ich mal überlegen wie ich das bei dem hier machen dass ich da nur dieses teil hier rausschneide das wird auch nicht funktionieren ich muss mal gucken ich hatte davon noch ein kleines vielleicht schneide ich das kleine davon so weil dann aber doch das ist aber sehr klein aber wisst ihr was gerade mein problem ist dieses ich weiß das ist doch gar nicht so schwierig wie man immer denkt so das ist ja das genau das passt so das werde ich mir einmal ein großes teil noch mal ausschneiden als vorderteil dann mit dem teil da in der mitte direkt dann stanzen und dann klebe ich das da drauf genau so passt und bei dem kreis werde ich es aber so machen dass ich mir noch mal ein kreis ausstand und dann noch mal dieses teil als fenster gut die beiden dürfen schon an die seite dass das auch schon an die seite dass hier auch mal 15 kürzen ja das ist hier alles gerade ein bisschen spontan ich glaube das merkt man auch aber ich finde es eigentlich nicht schlimm ich habe auch so lange jetzt keine kein bastel oder irgendwas video mehr gemacht vor die kamera greifen muss dass ich glaube das ist nicht schlimm wenn ich jetzt mal ein längeres video machen muss auch viel quatsch oder ich glaube das darf einfach mal sein so als erstes ziehe ich mir das weiter raus damit ich sehe wo ich mal hin kann die beiden dinger werde ich gleich so mythisch positionieren und wieder mit meinem washi tape ich hoffe das reicht von platz her sollte reichen passt es denn jetzt noch mal ein schwarzes und auch hier gleich mit ich einigermaßen mit ich zumindest das fenster abstand da habe ich auch große ist wieder einmal auf die hose weil es doch noch sehr klebt ich glaube wenn ich das richtig sehe passt das auch schon sehr gut mit den abständen so ja einmal durch die mit so vielen stand natürlich auch ein bisschen aber muss sie mit lachen auf dem zurück wird es ja dann einfacher geschafft geschafft ja das ist auch immer wenn man so weit an den rand macht dann ist das auch immer ein problem wieder an die seite wenn jetzt hier ein bisschen was von dem schwarzen papier durch das washi tape beschädigt wird das ist auch kein problem weil es kommt ja dann kannst ja so und dann habe ich meinen ersten bilderrahmen fertig die teile kann man auch wieder schön aufheben irgendwie als anhänger oder so dann eben so rum wenn vorne vom washi tape was kaputt gegangen ist ja und dann kann man jetzt dieses teil schön hier drauf kleben dieses teil hier drauf und wenn das ein bisschen rüber guckt ist das überhaupt kein problem und dann nehmen wir uns diese teile da mache ich jetzt auch mit absicht diesen schönen gefalzten also gestanzten teil nach hinten hier sieht er nicht ganz so schön aus da sieht das hätte ich mit der anderen kamera niemals zeigen können und hier sieht es halt schön aus und den drehe ich mit absicht suchen dass die schöne seite nach hinten zeigt weil das ist ja später unser teil ja und dann kleben wir an drei seiten wichtig nur an drei seiten oder hier nur so dass ihr von oben dann noch ein bild reinschieben könnt genau also dann am besten vielleicht so das bild sollte ja nicht viel größer als das sein eine nummer größer und dass man es dann eben von ihm reinschieben kann und hier muss man dann auch gucken wie viel abstand man lässt so ungefähr damit man das eben schön drauf packen kann so und jetzt werde ich aber erst mal lieber rausholen und hier alles also solche teile wie das hier das mache ich eigentlich viel lieber mit sprühkleber ehrlich gesagt glaubt das mache ich auch gleich weil sonst habe ich nämlich nachher überall diese klebereste ich gehe mal ganz kurz zu meinem sprühkleber und sprühe einmal drüber so ich habe jetzt hier einfach mal meinen tesa sprühkleber genommen und hab den der hatte sonne abgekriegt krass wie das ausgeblichen ist bin da mal kurz drüber gegangen und dann sieht man nachher die klebereste nicht so das finde ich schöner ja und dann versuche ich das versuche ich das ungefähr mittig darauf zu kriegen jetzt will er mich schon ärgern hier ja so in etwa so hundertprozentig muss es nicht sein hauptsache das klebt ihr solltet aber schon vernünftigen kleber nehmen weil das ist ja eine weihnachtsbaumdeko die macht man jetzt nicht nur für ein jahr sondern eben für ein bisschen länger das soll ja auch schon ein halten deswegen ein bisschen besseren kleber ich weiß nicht ob das mega gesund ist jetzt diesen kleber hier im raum zu benutzen ich wollte jetzt aber deswegen nicht extra auf die terrasse gehen so und da muss ich jetzt ach so da muss ich jetzt aufpassen das kann ich ja genau also jetzt bin ich wieder mit meiner bürde davor das kommt davon wenn man lange immer nur für sich selbst gebastelt oder sachen gemacht hat und nicht vor der kamera dann vergisst man wieder dass der kopf ja nicht davor sein darf so perfekt los und so sieht man jetzt auch keine klebereste wobei die klebereste ja meistens sowieso wieder trocknen und man die eh nicht mehr sieht so wie gesagt jetzt das teil drauf und nur an drei enden kleber drauf und dann nehme ich jetzt aber hier wieder mal einen tacky glue muss ich mir unbedingt mal wieder nach bestellen der ist nämlich so langsam aus und dann ist auch ganz gut wenn man ihn an einer seite festhalten kann ohne dass man klebrige finger kriegt ja die passen ja genau übereinander so das sollte dann erstmal eine weile trocknen aber man kann jetzt natürlich dann wenn es dann geklebt ist hier oben dann geben was rein tun was wir jetzt natürlich noch nicht haben was wir gleich noch machen müssen ist für hier hinten noch so ein aufhängerchen der sollte da noch dran geklebt werden und den werde ich mit diesem kleber hier befestigen weil der wirklich sehr gut klebt und ich möchte einfach nicht dass das ding rucki zucke wieder abreißt genau das machen wir aber gleich jetzt klebe ich erstmal das und da muss ich jetzt mal gucken ich nehme mal hier dieses teil lege mir das mal hier hin und halt noch da noch ein bisschen so ein bisschen größer als das oh jetzt kann hier schon so viel gekleber raus ein bisschen größer als das teil lasse ich da die öffnung das sind doch schon relativ kleine fotos dann ja die muss man sich dann natürlich zurechtschneiden oder man guckt vorher gleich dass man so passbildgröße nimmt also von den rahmen her dass man die so bastelt dass man dann am ende passbildgrößen fotos rein macht so jawohl dann muss man halt drauf achten wo dann hier jetzt oben war also kein kleber ist hier genau das brauchen wir dann müssen wir dann wissen für unseren aufhänger ja sehr schön gefällt mir schon richtig gut genau und dann mache ich als nächstes einmal diesen aufhänger und dafür nehme ich mir hier ein bisschen was von dem restpapier den streifen hier der ist nämlich hier breit genug ach so jetzt würde ich die bigshot zum schneiden nehmen ja auch nicht schlecht so ach zwei Minuten am basteln und alles fliegt durch die Gegend überall ist alles angepackt so genau so ein schmaler streifen das reicht hier schon völlig aus zack dann gucke ich mal das so dran pack ja es soll schon eine vernünftige klebefläche haben also das sind vielleicht 1,5 cm 1,5 cm also ich würde sagen 3 cm nehme ich jetzt mal das lege ich mir mal da oben an einmal zweimal zack und dann einmal in der Mitte entweder legt ihr es euch jetzt hier bei 1,5 cm an und falzt es so oder ihr kriegt es euch einfach in der Mitte und das hat noch nicht mal richtig gepasst seht ihr ja ja ok nicht so schlimm ich nehme dann diese längere Seite als Klebe warum hat das ihnen jetzt nicht gepasst ich habe es doch bei 1,5 cm angelegt oder nicht ach ich habe es bei 1,5 cm angelegt ach ok da war der Fehler ich habe es bei 1,5 cm anstelle 1,5 cm angelegt so das geht halt hier auch nicht so ganz gerade ja das macht ja alles nichts das ist jetzt nicht so schlimm so ok hier passt es jetzt mache ich das nochmal es ist jetzt auch kein Weltuntergang da nochmal einschreifen zu machen so und dann bei 1,5 cm bitte nicht bei 1,5 cm zack einmal falzen und zusammenklappen so das hier an die Seite ich habe das doppelt genommen damit es ein bisschen stabiler ist und jetzt nehme ich mir ein Loch Werkzeug und zwar was denn müsste eigentlich hier drin sein in meiner Super Wunder da nicht ach da nehme ich einfach das gute Teil hier aber ich habe auch von ach hier von Stampin ab genau und da habe ich nämlich das Teil raus gemacht das Ding hier hinten wo eigentlich die Teile immer reinfliegen das habe ich mir abgemacht um zu sehen wo das Loch dann ist und so lege ich mir jetzt diese beiden Teile ungefähr mittig hin und stanz mir da die Löcher rein zack und hier versuche ich das auch ob sie ungefähr mittig hin zu kriegen muss ja nicht hundertprozentig sein zack zack da fliegen mir zwar dann die Teile entgegen aber das stört mich ehrlich gesagt nicht so eingesammelt und wechseln sich so fertig gut und jetzt mache ich hier einen Tropfen nein das ist das andere Tecki das ist jetzt mein Kleber was ist der Teckigludin das da war auch gerade Teckigludin ach so das ist doch der Teckigludin habe ich mal anders von mir gestellt ok oh Leute was denn los mit mir heute so mach mir hier nur so ein ganz bisschen da zwischen so ein ganz bisschen Kleber da und da dass ich das hier ja das ist gut dass du umfällst das einmal zusammenklebe und hier mache ich das genauso einmal da in die Mitte und dann einmal hier ringsrum zack dann habe ich das nämlich einmal doppelt gemoppelt das hält dann besser und dann schnappe ich mir diese Teile gucke jetzt wo meine Öffnung war hier habe ich meine Öffnung nehme mir da jetzt in etwa die Mitte und werde mir das so rankleben dass der Rand halt da genau dass da genau das Loch ist dass hier halt nicht so viel rüber guckt wisst ihr wie ich meine und diese hässliche wenn man so eine hässliche Seite hat wie da gerade so dann packe ich die natürlich anders so fertig hier habe ich glaube ich gar keine hässliche Seite nicht so wirklich ist auch egal so da ist der Teber ich muss mal gucken ob der von der Breite her nicht zu breit ja der ist zu breit ich hole mal kurz den schmalen so sehr gut dass man als Bastler fast immer alles vorredig hat hier habe ich jetzt diesen schmaleren ich weiß gar nicht der ist glaube ich 6 und der ist 3 und der hier der sollte aber schon ausgleichen und dafür brauche ich aber auf jeden Fall hier war wieder meine Hilfe für den Anfang und auch dann um das Klebeband abzukriegen jetzt muss ich erstmal gucken wo hier der Anfang da ist er so und hier ist am Anfang dann nochmal so ein damit das dann nicht so klebt und man den Anfang findet und das vorne benutze ich aber trotzdem aber an dem hässlichen Teil wie gesagt so und klebe mir das mittig auf und bei diesem Kleber ist es ja wirklich so wenn der klebt dann klebt er aber man muss ihn vorher ordentlich andrücken damit er klebt so jetzt schnülle ich mir das hier ab das lasse ich erstmal drauf das mache ich gleich und dann nehme ich mir hier wieder meine mega super Hilfe und hoffe dass ich dazwischen komme und hoffe dass ich dazwischen komme das ist immer so ein Gefungel ne bei diesem Kleber dann dazwischen zu kommen obwohl ich das ja schon festgedrückt habe mit dem Falz ein trotzdem und jetzt nicht wieder von der Ding abgehen du sollst nicht mehr vor ihr abgehen also das weiß nicht ob ihr das auch habt dieses Problem ich hab das jedes Mal bei diesem Kleber ne so jetzt habe ich es okay nochmal versichern wo die Öffnung ist wo bist du da ist die Öffnung da mache ich jetzt meinen Finger rein dass ich sehe wo ist in etwa die Mitte von dem Ganzen ja und dann lebe ich es einfach hier hinten so drauf dass das Loch gerade so frei ist das reicht nämlich um da ein Bändchen rein zu machen und dann sieht man nämlich wie es schon aus wie eine Weihnachtskugel eigentlich das andere sollte nicht ganz aussehen wie eine Weihnachtskugel aber soll es ja auch gar nicht unbedingt so hier haben wir das andere wo ist hier die Öffnung es gibt eine Öffnung ich habe eine freigelassen ich weiß was das ist sie aber nicht das war doch das erste Teil was ich hatte na also sage mal na also sage mal jetzt mich ärgern und da ist Kleber ich sollte das mal andersrum machen da ist Kleber da ist kein Kleber ha ha da ist oben das merke ich mir schon mal so und hier nehme ich jetzt hinter dem Teil ach so mal gucken mal hier ist auch so ein kleinerer da nehme ich auch die hässlichere Seite so drück mir auch das wieder ordentlich fest schneide mir die Seiten ab zack so jetzt wieder das gefungel das packe ich gleich wieder in die Folie damit das nicht kein Staub und Socken zieht wird es echt heftig gibt oh das war jetzt aber einfach und schnell sehr schön so hier ist oben und ja hier ist es mit der Mitte nicht ganz so schwierig guckt man so in etwa so dass das Loch gerade noch so zu sehen ist einmal drauf geklebt ja und fertig haben wir zwei Bilderrahmen für unseren Weihnachtsbaum das könnten wir jetzt natürlich noch irgendwie ein bisschen mehr verzieren oder so mit Glitzersteinchen oder was auch immer euch da einfällt könnt ihr hier noch irgendwas rein machen oder kann man noch anmalen oder 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 da ist ja der Fantasie keiner Grenze gesetzt aber man hat zumindest eine ganz persönliche Sache die man denke ich auch mal ganz gut vielleicht noch so als schnelles letztes Weihnachtsgeschenk an Leute wo man einfach eine kleine Aufmerksamkeit hinschicken möchte oder verschenken möchte ja kann man glaube ich noch mal ganz schnell zaubern und hat eben noch so eine süße kleine sehr persönliche Idee zum Beispiel für Freunde finde ich jetzt auch gerade eine ganz gute Idee vielleicht mache ich noch ein paar mehr davon und schenke meinen beiden besten Freundinnen jeweils so eine und mache ein Foto von jeweils meiner Freundin und mir eben da rein ist ja auch eine leite Idee dann hat man nochmal so ein ganz persönliches kleines Goodie zu Weihnachten was man noch mit ans Geschenk vielleicht hängen kann ja und die können es dann wiederum an den Baum packen oder auch nicht oder hängt sich irgendwo hin oder packen sich in irgendeine Kiste oder oder genau ja ihr Lieben ich hoffe dass das hier was gerade passiert ist mit diesem jetzt funktioniert es merkwürdig ich glaube ich das liegt hier ein bisschen an diesem Holopapier ja also ich finde dass das mit der Kamera so sehr gut klappt und bin echt am überlegen ob ich das morgen nicht sogar so lasse für für mein Video morgen und mir dann einfach nochmal was anderes überlege beziehungsweise ja mir für vorne dann doch nochmal eine andere Kamera kaufe wenn ich doch mal ein Video mache wo ich halt längere Zeit mein Gesicht zeigen möchte dann ist es halt schön wenn ich da eins habe was nicht sofort wieder ja was nicht so eine blöde Qualität hat halt genau so ihr Lieben ich werde jetzt hier für mich noch ein bisschen weitermachen ich brauche insgesamt vier für meinen Mann und mich und für die beiden Jungs und ich werde noch ein zusätzliches machen für unseren Daniel der uns ja schon verlassen hat also wer mich schon ein bisschen länger kennt und meine Videos ein bisschen länger verfolgt der weiß dass unser jüngster Sohn vor ein paar Jahren schon gestorben ist mittlerweile drei Jahre her aber zu Weihnachten kommt das immer besonders wieder hoch und er hat schon die letzten Jahre natürlich immer ein Bild im Weihnachtsbaum gehabt aber das ist halt ja jetzt nach drei Jahren doch schon ein bisschen mitgenommen und da möchte ich ihm auch gern noch ein neues basteln genau ja das werde ich jetzt noch machen also ich habe noch drei Stück vor mir die werde ich mir jetzt noch zurecht zaubern ich guck mal ich glaube ich werde jetzt noch dieses Papier hier nehmen und am Ende von diesem Video blende ich euch vielleicht nochmal meine fertigen Sachen ein oder wenn die alle gleich aussehen dann vielleicht auch nicht okay ihr Lieben ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine weitere schöne Zeit und viel viel Spaß im Advent auch wenn durch Corona alles ein bisschen ausgebremst ist hoffe ich dass ihr trotzdem den ein oder anderen sehen könnt die Begrenzungen sind ja auch nicht ganz so krass also Familie darf sich ja schon treffen von daher ja genießt diese Zeit und ich sag bis ja keine Ahnung bis heute bis morgen ich weiß noch nicht wann ich das Video hier online stelle ob ich das heute Abend sogar noch mache oder erst morgen also entweder seht ihr mich heute schon wieder oder morgen nochmal so ihr Lieben ich habe meine fünf Teile fertig und ich dachte mir ach ich schmeiße die Kamera einfach nochmal an und zeige es euch gerade nochmal also so sehen meine Teilchen jetzt aus hier seht da habe ich ein bisschen schief geklebt bin ich ein bisschen verrutscht und als ich es wieder gerade schieben wollte war es schon fest dann ja die beiden habt ihr schon gesehen die haben wir ja zusammen gemacht dann habe ich dieses hier gemacht und bei dem habe ich mich richtig geärgert weil dieses Papier hat diesen Sprühkleber der ist durch das Papier gegangen also komplett durchgeweicht und ich dachte hier oben dauernd an meinen Fingern geklebt und wollte nicht auf diesen Teil kleben also das war ein bisschen naja aber ich habe es hingekriegt und ich finde es sehr schön und hier noch eins in rot ja wie gesagt überall dann eben diese Teile dass ich das auch aufhängen kann genau ja und als ich dann schon mal so dabei war beim Basteln dachte ich mir ach eigentlich hast du noch Lust noch was zu machen und dann habe ich noch schnell eine Weihnachtskarte gebastelt und zwar hatte ich von heute morgen von Miss Fruchteis von meinem Geschenk hier noch also von dem Adventskalender Geschenk hatte ich noch Papier liegen nämlich dieses hier und ihr seht schon da sind jetzt hier noch so Reste wo würde ich hier noch so eine Karte ja auf die Schnelle eben gebastelt weil ich habe mir ein Rohling aus schwarzem einfachem Cardstock zusammengeschnitten das ist der gleiche Cardstock und da habe ich dann mit einem Stempel von Action war der aus dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr in irgendeinem Set wo auch immer so ein Stanzteil noch mit dabei war also da waren drei Stempel drin und ein Stanzteil aber wie gesagt das habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr gekauft keine Ahnung oder in einer Tauschpost gehabt oder was auch immer aber auf jeden Fall war das von Action das weiß ich und dann habe ich das ganze gestempelt mit dem weißen Stamping Up Stempelkissen und besprüht habe ich das ganze mit einem Binsel mit diesem Zeug hier genau das ist auch von Stamping Up wenn ich mich richtig entsinne war das von Stamping Up ich glaube aber ich bin gar nicht hundertprozentig sicher jetzt weil hier unten steht eine andere Firma könnt ihr es lesen Hallo Kamera bitte ah ja da steht diese Firma aber ich war der Meinung dass das von Stamping Up ist ich kann es euch aber jetzt echt nicht mehr sagen und falls ich euch jetzt da müsste erzählen ihr habt ja jetzt die Internetadresse gesehen wo man es herkriegt also wo es hergestellt wird also ihr habt auch gesehen das war eine Internetadresse aus Japan wird in Japan hergestellt ja vielleicht wisst ihr das sogar ob das von Stamping Up ist oder nicht ich bin mir grad nicht sicher genau steht denn hier irgendwie eine Herstellungsadresse und da war auch japanische Schriftzeichen drauf aber hier steht made in USA also da ist nix von da ist nix von Japan oder so deswegen weiß ich die jetzt nicht genau aber davon habe ich zwei einmal das hier und dann nochmal so einen Goldton erkennt man glaube ich jetzt nicht so gut da erkennt man es ein bisschen besser ja da habe ich halt zwei Dinger von genau und das kam jetzt endlich mal zum Einsatz das ist nämlich so Perlmut schimmernd erkennt ihr wahrscheinlich in der Kamera auch nicht aber es schimmert auf jeden Fall Perlmut und damit habe ich halt diese Tropfen gemacht ja und so hatte ich dann Rucki Zucki mal eben noch schnell eine Karte gemacht ich hatte nämlich vor ein paar Tagen gerade bei Miss Fruchteis gesehen ich hatte mir ihre älteren Videos mal alle so ein bisschen durchgeguckt also von der letzten Zeit so weil ich vorher keine Zeit hatte welche zu gucken und dann habe ich ja wie gesagt gesehen gesehen in einem Video wo sie Papier Geschenkpapier Reste benutzt hat um Karten zu machen und habe ich gedacht das passt jetzt gerade und mir ist irgendwie beim Sortieren von meinen Stanzteilen in diesem Fach wo die Stanzteile drin sind da habe ich auch noch ein paar nicht einsortierte Stempel drin und da war der dabei genau und dann dachte ich ach das passt doch irgendwie jetzt voll gut zu diesem Geschenkpapier ach komm ich mache noch schnell eine Karte ja und ich weiß noch nicht ob ich die so schön schlicht lasse eigentlich mag ich das ja so schlicht oder ob ich da jetzt noch ein paar Glitzer Steinchen drauf mache oder noch ein bisschen Glitzer irgendwas keine Ahnung ich weiß noch nicht vielleicht ich habe hier weiße Nuvo Drops also ich glaube die werden durchsichtig ich glaube davon mache ich ein paar drauf weil seht ihr auch wieder nicht wirklich seht ihr das irgendwo ne also das glitzert das ist also glitzert holographisch ganz bunt und ihr seht es doch da ein ganz bisschen könnt ihr es sehen ja also es glitzert und schimmert und ich glaube da ich die Dinger sowieso irgendwie nie benutze benutze ich die doch jetzt mal und guck mal wie ich damit klarkomme ich habe nämlich irgendwie Upsi auch schon mal gehört dass diese Nuvo Drops irgendwie gar nicht vernünftig trocknen sollen beziehungsweise dass die immer so ein bisschen klebrig bleiben das wäre natürlich schade dann ist die Karte versaut weil eigentlich sieht die ja wirklich schön aus aber wenn ich jetzt schon mal dabei bin dann mache ich sie jetzt einfach mal so ganz wild gemischt ein bisschen versetzt ich mache das immer nicht so ganz ordentlich darf immer gern ein bisschen versetzt sein ja und bevor ich das irgendwann mal wegschmeiß hier weil es austrocknet dann nutze ich es doch lieber mal genau und das passt ja auch gerade so schön zu diesem seht ihr jetzt wie es glitzert nein wieder nicht ok also irgendwie das mit dem Glitzer zeigen funktioniert nicht ist nicht so schlimm die Karte habt ihr gesehen ihr wisst wahrscheinlich wie diese Nuvo Drops aussehen wahrscheinlich besser als ich weil ich sie ja wie gesagt noch nie verwendet habe ja und ich habe von meinen Karten hier noch hoffenweise Sachen über und da muss ich mir mal überlegen was ich da mache also eigentlich passend noch immer so die Sachen ein bisschen zusammen das gehörte glaube ich zu dem oder ach weiß nicht mehr das gehört auf jeden Fall zu dem und das zu dem bei den beiden weiß ich nicht mehr genau was zu was gehörte doch ich glaube das das zu dem und das zu dem ist auch egal auf jeden Fall gehören die irgendwie zusammen und da kann ich nochmal gucken da werde ich bestimmt irgendwann nochmal irgendwas draus machen aber irgendwann und irgendwas ist ja immer ne das kennt glaube ich jeder Wastler ach das kommt in die irgendwann und irgendwas Schublade und dann liegt es da ein paar Jahre drin aber irgendwann kamen wir was vor und dann machen wir was mit meistens ist das so ok ihr Lieben so jetzt verabschiede ich mich aber ja ich dachte mir ich zeige euch einfach die schönen Anhängerchen Bildanhänger Bilderrahmen ja wie auch immer ihr das nennen wollt das ist hier nicht kaputt das sieht nur so aus das wird so schimmert so sah nämlich in der Kamera gerade ich hab grad hochgeguckt und das sah in der Kamera so aus als wenn es sich abgelöst hat aber hat es nicht so ok gut ihr Lieben dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend macht's gut tschüss hier dann